Herzlich willkommen, verehrter Herr Bürgermeister, schön, dass Sie hier da sind. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Wie wunderbar, dass dieser Hörsaal wieder so voll aussieht. Ich bin Manuel Hartung, ich bin der Vorstandsvorsitzende der Zeitstiftung und ich werde ganz kurz, aber vor allem ganz, ganz, ganz schnell reden. Warum? Wir haben etwa nur eine Stunde Zeit mit dem ersten Bürgermeister. Er muss danach in ein wichtiges Abstimmungstelefonat mit anderen Spitzenpolitikern und Spitzenpolitikerinnen. Und ich will eigentlich nur vier Sätze der Freude mit Ihnen teilen. Der erste Satz der Freude ist der Satz über die Freude der Begegnung. Also, dass Sie da sind, live und auch diejenigen, die diese Veranstaltung später digital zuschauen, denn dieser Abend wird aufgezeichnet. Und ich freue mich wirklich, dass dieser Saal so voll ist. Der Hörsaal ist nicht oft so voll und er ist voll wegen Ihnen, lieber Herr Bürgermeister. Und das ist meine zweite Freude, nämlich die Freude des Austausches. Es ist für uns eine große Ehre, dass Sie heute Abend hier sind. Sie sind schon an der Law School zu Gast gewesen. Und Sie sind an der Law School zu Gast gewesen unter ganz anderen Vorzeichen. Nämlich am 23. Februar fand die letzte Veranstaltung im Studium Generale gemeinsam mit den Jungsozialisten statt. Am Vorabend des Beginns des Ukraine-Kriegs. Es wurde über Corona diskutiert. Und wie sehr hat die Welt sich gewandelt? Seit fünf Jahren sind Sie Bürgermeister. Zuvor waren Sie Finanzsenator und als Arzt, das kann man sagen, wissen Sie sehr gut, was es auf der einen Seite heißt zu heilen. Und auf der anderen Seite heißt, was es heißt Vorsorge zu treffen. Sie führen eine Stadt, die wir lieben. Eine Stadt, die sich verändert. Eine Stadt, das darf ich auch sagen, in der die Wissenschaft eine immer größere Rolle spielt. Und eine Stadt, die auch mit den multiplen Krisen, in denen die Welt sich befindet, gut umgehen muss. Mein dritter Satz der Freude ist ein Satz zur Freude der Regelmäßigkeit. Denn das Format, was ich immer schon einmal sagen wollte, findet nun zum zweiten Mal statt. Es ging los im Herbst mit einem Gespräch mit Manfred Lahnstein, dem früheren Finanzminister. Und ich freue mich besonders, diese Reihe wird moderiert von meinem guten Freund und Vorgänger, Professor Michael Göring, der die Zeitstiftung 25 Mal länger geführt hat als ich. Und Michael, wir sind sehr glücklich und froh, dass du deine Eloquenz und deine Leidenschaft für das Gespräch hier einbringst. Und meine vierte Freude, mein vierter Satz der Freude ist ein Satz der Freude über den Diskursort, über den Ort Hochschule. Denn ich bin davon überzeugt, Hochschulen müssen Orte der auch politischen Debatte sein. Sie müssen Orte der Diskussion mit Politikerinnen und Politikern sein. Hochschulen sind nicht losgelöst von dieser Gesellschaft, sondern können ein prägender Teil dieser Gesellschaft sein, als Begegnungsorte, als Austauschorte, als Debattenorte, auch und insbesondere nach dieser Zeit der Abgeschiedenheit, die wir in der Pandemie erfahren durften. Wir sehen das an Abenden wie diesen, wo Sie mit Peter Tschentscher diskutieren können. Wir sehen das an Abenden, wo Sie erfahren können, was Sie umtreibt, wo wir auch den Menschen Peter Tschentscher kennenlernen können. Und wir sehen das auch an vielen anderen Abenden, die wir hier haben. Am nächsten Mittwochabend sitzen wir zum Beispiel zusammen mit Giovanni Lorenzo und Doris König und werden reden über das Verhältnis von Recht und Journalismus. Seien Sie auch dazu schon sehr herzlich eingeladen. Also vier Momente der Freude, des Austausches, der Begegnung, der Regelmäßigkeit und der Entwicklung des Diskursortes Hochschule. Das darf ich verbinden mit allen guten Wünschen für 2023, für Hoffnung und Zuversicht in diesem Jahr. Und jetzt habe ich zwar nicht ganz so kurz geredet, aber trotzdem ziemlich schnell. Und ich darf abgeben an Michael Göring und Peter Tschentscher. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Unsere Studierenden in großer Zahl, aber auch eine ganze Reihe von Bürgerinnen und Bürgern Hamburgs. Und das ist ja die Idee des Studium Generale, dass wir diesen Raum öffnen für die Stadt. Ja, Manuel Hartung hat es bereits gesagt. Silvester ist gerade mal elf Tage her. Und daher meine allererste Frage an Sie, lieber Herr Tschentscher. Haben Sie sich was Besonderes vorgenommen fürs neue Jahr? Also ich muss bei mir sagen, ich habe mir vorgenommen, mehr Gemüse zu essen und mehr Sport zu treiben. Wie war das bei Ihnen? Ja, also ich habe mir natürlich das Übliche vorgenommen. Aber ich habe vor allem Hoffnung für das neue Jahr. Also, dass der Ukraine-Krieg ein Ende findet zum Beispiel. Und dass die Auswirkungen, die ja bis nach Hamburg spürbar sind, dass wir dort wirklich gut zurechtkommen. Dass wir diese Energiekrise, die wir haben, die Inflation, dass wir das gut überstehen. So wie wir die Pandemie, wie ich finde, als Stadt auch sehr gut überstanden haben. Ja, ich hatte jetzt ein bisschen gehofft, Sie würden sagen, ich habe mir weniger Stress vorgenommen. Das wäre nämlich dann die perfekte Überleitung gewesen zu meiner zweiten Frage. Gestern war Herr Dr. Tschentscher bereits im Überseeklub. Und im Überseeklub hat er einen Satz gesagt, der dann auch heute in der Presse mehrfach wiederholt wurde. Nämlich, dass er doch den Elbe-Schlick vor Schahörn verklappen möchte. Sie sind alle informiert, wissen über das Problem mit dem Schlick Bescheid. Und da habe ich mir gedacht, gibt es da nicht neuen Ärger, lieber Herr Tschentscher? Vor allen Dingen Ärger mit Ihrem Umweltsenator? Naja, muss man einmal sorgfältig formulieren. Ich habe dargestellt, wie das Sedimentmanagement aus Hamburger Sicht im Hafen organisiert werden könnte. Und dazu gehören verschiedene Verbringstellen von direkt an der Landesgrenze in der Sand bis weit in die Nordsee. Und eine Option, die ich für eine sehr geeignete halte, ist die an der Hamburger Außenelbe. Wir haben vereinbart mit den Nachbarländern, dass wir versuchen, eine noch bessere Lösung zu finden. Und wir haben jetzt erstmal eine Entlastung bekommen, weil Schleswig-Holstein uns ermöglicht, die sogenannte Tonne E3 weiterzunutzen. Aber wir brauchen noch eine endgültige Lösung für alles. Und solange die noch nicht da ist, kann ich ja nur sagen, wir haben eine zusätzliche Option auf Hamburger Staatsgebiet. Und es gilt, was ich sage, es gibt keine zusätzlichen Schadstoffe aus diesem Vorschlag. Die Schadstoffe kommen nicht aus dem Hamburger Hafen. Sie kommen die Elbe heruntergeschwommen, zum Beispiel aus Tschechien. Und deswegen mit unserem Sedimentmanagement entlasten wir die Umwelt. Wir nehmen Schadstoffe aus der Elbe auf, entsorgen viel davon an Land. Aber das Sediment, das bestimmte Grenzwerte unterschreitet, kann sozusagen Richtung Nordsee im Elbstrom weiter transportiert werden. Was normalerweise das Wasser selber macht, was aber bei geringen, wie man sagt, zu Oberwasserflüssen dann nicht ausreichend gelingt. Ja, vielen Dank. Jetzt wissen wir alle, was Sedimentmanagement ist. Wir kommen nochmal auf Hamburg ganz klar zurück. Ich möchte auch an dieser Stelle schon einmal sagen, wir haben uns jetzt so auf dreiviertel Stunde eingeschworen, sodass Sie dann noch 15 Minuten, 20 Minuten auch für Ihre Fragen haben. Wer dann allerdings eine Frage stellt, muss wissen, dass diese Frage dann auf dem YouTube-Kanal in einigen Tagen erscheinen wird. Also das müssen Sie mit sich selber ausmachen, ob Sie dann die Frage stellen wollen. So, jetzt aber zur Person von Herrn Schentscher. Sie sind habilitierter Mediziner. Sie haben 2008 Ihre Antrittsvorlesung hier am UKE gehalten und sind Privatdozent für klinische Chemie und für Laboratoriumsmedizin. Herr Schentscher, wie kam es überhaupt dazu, dass Sie sich entschieden haben, Medizin zu studieren? Das ist eine einfachere Frage als die, warum hab ich eigentlich aufgehört mit der Medizin und bin in die Kritik gegangen. Die kommt ja noch. Aber ich bin in meinem Zivildienst, hab ich das Gesundheitswesen kennengelernt und da war ich in Ostfriesland im Rettungsdienst und dort hab ich mich plötzlich sehr für Medizin interessiert und hab mich dann entschieden, das auch zu studieren und ich hab es nicht bereut. Es ist ein sehr interessantes Studium. Die Berufstätigkeit ist sehr interessant und ich bin dann an der Uni geblieben. Bis eben vor zwölf Jahren mittlerweile, als ich dann die Gelegenheit hatte, Senatsmitglied zu werden. Und da werde ich meistens gefragt, warum haben Sie das denn getan? Ja, die Frage sollte ja auch noch kommen. Also 2008, das Jahr der Habilitation und der Antrittsvorlesung und zugleich das Jahr, wo Sie Mitglied der Bürgerschaft werden. Und drei Jahre später, Sie haben es gerade selber gesagt, 2011 Finanzsenator. Da vermutet man ja dann doch, dass die Medizin und diese Wissenschaftstätigkeit nicht spannend genug war, oder? Ganz und gar nicht. Es war auch vorher schon so, und das erkläre ich dann immer mit, dass ich schon als Schüler eigentlich politisch sehr interessiert war. Und Sie sind jetzt hier, es gibt die ältere Jahrgänge sitzen hier im Saal, aber natürlich auch viele Studierende, also junge Menschen. Ich kann Ihnen sagen, mich hat als Schüler sehr bewegt, die Hochrüstung, Pershing 2, SS20, die Atomare, der Atomare Overkill, von dem die Welt bedroht war. Wir waren sehr bewegt von diesem Ost-West-Auseinandersetzung und auch von der Atomkraft-Diskussion, die damals begonnen hatte. Und das hat mich sehr politisch sozusagen auch interessiert. Und dann bin ich eigentlich auch das ganze Studien über immer politisch in dem Sinne aktiv gewesen, als dass ich mich ehrenamtlich, bekanntermaßen in der SPD, engagiert habe. Und dann ist es so schrittweise immer mehr geworden. Man kann ja in Hamburg Bezirkspolitik machen, also noch ehrenamtlich. Das habe ich viele Jahre gemacht in meinem Bezirk Hamburg-Nord. Und ich habe immer gesagt, meine Kollegen gingen so nach Feierabend Tennis spielen oder ein anderes Hobby gehabt. Und ich ging dann, machte Politik, Bezirkspolitik. Und das ist dann immer mehr geworden. Und 2008 wurde ich dann Bürgerschaftsabgeordneter. Auch das kann man noch nebenamtlich machen. Ich musste dann allerdings meine Arbeitszeit ein bisschen reduzieren. und 2011, nach diesem damals sehr großen Wahlsieg der SPD, hatte ich dann die Möglichkeit, Senatsmitglied zu werden. Und da habe ich dann schon ein paar Tage überlegt, weil mir klar war, das ist der Ausstieg aus der Universitätsmedizin. Ich habe mich dann aber durchaus entschieden, das zu machen und habe es bis heute im Prinzip nicht bereut, obwohl es manchmal doch sehr anstrengend ist im politischen Leben. Sie sagten, dass Sie sich sehr früh politisch engagiert haben, also offenbar schon als Schüler. Sie nannten dann auch zwei Schlagworte, SS 20, Pershing, die großen Diskussionen, die älteren Semester von uns kennen noch, 1981, der Aufmarsch in Bonn auf der Hofgartenwiese. Das war für Sie ganz klar, dass es bei der SPD sein würde oder haben Sie auch mal mit einer anderen Partei geliebt euch? Nein, das war so in der Schulzeit, da war ich auch noch nicht parteipolitisch irgendwie engagiert, sondern das hat sich dann erst im Studium ergeben. Ich habe Jusos kennengelernt, also andere junge Leute, das ergab sich so aus meiner WG, da war einer, der hatte dann Kumpels da aus diesem Juso-Milieu und die waren nett und kam natürlich nicht aus der Medizin, das fand ich auch interessant. In der Medizin neigt man sehr dazu, dass man sich dann nur noch in der Medizinwelt bewegt. Also man kennt dann nur noch andere Medizinerinnen und Mediziner und dann ist man immer nur in dieser Welt. Und ich fand das ganz spannend, auch mit anderen jungen Leuten Kontakt zu haben. Wir haben etwas anderes studiert oder haben eine Ausbildung gemacht. Und so kam ich dann eigentlich auch erst, ohne Mitglied der SPD zu werden, sozusagen in solche Juso-Kreise. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, Mitglied der SPD zu werden. Und auch das habe ich eigentlich nicht bereut bis heute. Sie sind 1989 in die SPD eingetreten. Das ist ja so das Annus Mirabilis in der deutschen Geschichte, das Jahr der Wende, des Mauerfalls. Das war aber auch das Jahr, das erste Jahr unter Henning Foscherau. Hat das eine Rolle gespielt für Sie? Nein. Ich war, also ich bin, ich finde, dass Herr Foscherau ein sehr guter Bürgermeister war. Ich war aber auch sehr angetan von Klaus von Donani als erster Bürgermeister. Das hatte jetzt, für mich war das jetzt kein Anlass, in die SPD einzutreten. Es war einfach die Zeit, nach der ich ein, zwei Jahre schon sozusagen inoffiziell bei den Jusos mit dabei war. Da habe ich mich einfach entschieden, ich trete jetzt in die SPD ein. Ich weiß selber, ich war ja viele Jahre Kreisvorsitzender der SPD, dass viele unserer Mitglieder zu bestimmten Ereignissen Mitglied der SPD geworden sind. Also ganz viele sind zum Beispiel in der Zeit SPD-Mitglied geworden, als Willy Brandt Bundeskanzler wurde. Das ist ein ganz häufiges Motiv bei den aus meiner Sicht dann älteren Genossinnen und Genossen gewesen. Bei mir war das nicht so. Bei mir hat sich das ergeben und es hing nicht mit besonderen Ereignissen oder besonderen Personen zusammen, obwohl ich schon sagen muss, dass mich auch Willy Brandt, den ich übrigens noch sozusagen live erlebt habe, der hat Reden gehalten, auch, man war das Mitte der 80er Jahre noch in Hamburg, das hat mich schon begeistert. Und ich fand auch Helmut Schmidt einen irgendwie coolen Typ. Auch der war wirklich so, wie man ihn sich vorstellt. Aber es war nicht wirklich der Grund, Mitglied der SPD zu werden, sondern das ist schon die Programmatik und das, was diese traditionsreiche Partei so mitbringt. Dann also 2011, der Senator für Finanzen, Schluss mit der Wissenschaft, das haben Sie selber gesagt. Wann reifte denn bei Ihnen der Wunsch, Nachfolger von Olaf Scholz zu werden? Ich meine jetzt erstmal nur als Bürgermeister dieser Stadt. So ganz Schluss mit Wissenschaft war gar nicht. Ich habe viele Jahre noch weiterhin Vorlesungen gehalten. Das war deshalb für mich so ganz schön, weil man noch ein bisschen Verbindung hat, ins Milieu der Universitätsmedizin. Und es ist für diejenigen, die am UKE arbeiten, das kann ich glaube ich für meine früheren Kolleginnen und Kollegen mitsagen, es ist ein Bereich, in dem man ja die Forschung und die Wissenschaft hat, als einen Bereich. Man hat gleichzeitig die Krankenversorgung, man ist ja sozusagen auch ärztisch tätig. Und das dritte ist eben dann die Lehre. Und diese drei Felder sind also sehr inspirierend. Es macht sehr viel Freude, in der Universitätsmedizin gerade dort zu arbeiten. Und ich habe mir gedacht, so wenigstens das eine Element, die Vorlesung könnte ich ja noch weitermachen. Das ist mir gelungen bis zu dem Tag, an dem ich dann Bürgermeister wurde. Da hat es terminlich dann einfach nicht mehr geklappt, das einzuplanen. Ich hatte aber nicht vor, Nachfolger von Olaf Scholz zu werden. Sondern es war so, wenn Sie sich noch mal erinnern, es waren Koalitionsverhandlungen in Berlin und dort wurde verhandelt, Frau Merkel mit FDP und Grünen. Und zwar bis November. Und irgendwann, ich glaube Ende November, 30. November oder so, relativ spät abends um 23 Uhr, kam dann plötzlich die Mitteilung, das platzt. Es gibt keine, wie heißt es, Jamaika-Koalition. Und dann habe ich zu Hause auf dem Sofa gesessen und dann fragte meine Frau mich, wieso hast du auf einmal so schlechte Laune? Was geht uns das denn an hier in Hamburg? Und ich sage, ja, warte mal ab. Das läuft darauf hinaus, dass Scholz nach Berlin geht. Das haben wir natürlich offiziell sozusagen, war das jetzt nicht angesagt. Aber es war für jemanden, der ein Bauchgefühl hat, für die Akteure und für die Lage, eine sehr wahrscheinliche Konsequenz. Und das wiederum war auch jetzt nicht gleichbedeutend damit, dass ich sein Nachfolger werde, aber dass die Frage auf mich zukommt, war mir also dann im November bewusst. Und so haben wir dann gemeinsam, nicht nur ich, auch einige andere, die potenziell ihm nachfolgen konnten in diesem Amt, haben wir wirklich sehr lange überlegt, was die beste Lösung war. Und die Wahlen sind auf mich gefallen. Sie waren ja auch nicht der einzige Kandidat. Ich weiß, dass Herr Dressel damals auch im Gespräch war und noch einige mehr, aber dann ist es doch sehr schlimm. Auch Herr Dressel, wir haben gemeinsam das wirklich erörtert und haben dann gemeinsam gesagt, wir machen es mal so. Und das ist nur medial so gewesen, dass sich medial alle darauf festgelegt hatten, dass Herr Dressel der Nachfolger wird. Und das war aber intern nicht der Stand der Diskussion. Das haben wir zwar auch immer nach außen gesagt. Wir haben immer gesagt, darüber entscheiden wir noch. Aber wie das so ist, das glaubt einem dann in den Medien keiner. Alle haben gedacht, das ist schon entschieden. Aber es war wirklich so, wie ich es gerade sage. Es gab mehrere Varianten. Es ging ja auch darum, nicht nur die Bürgermeisterfunktion neu zu vergeben, sondern wir brauchen auch neue Landesvorsitzende. Und das alles haben wir schon sehr persönlich und sorgfältig beraten. Und es hat auch niemand bereut, dass Melanie Leonhardt Landesvorsitzende der SPD geworden ist. Also insgesamt, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung. Sehr gute Nachfolgesituation. Wenn Sie jetzt so zurückblicken auf diesen Werdegang, also ich habe ja gesehen, Sie werden bald 57. Wenn Sie jetzt so zurückschauen, würden Sie etwas jetzt anders machen? Ja, das ist so eine typische Frage, wo man als Politiker aufpassen muss. Wenn einem Journalist diese Frage stellt, will er ja nicht eine ehrliche Antwort. Nur? Ja, Sie wollen eine ehrliche Antwort. Aber meistens ist es dann nur so nach dem Motto, jetzt wollen wir doch mal sehen, wo wir ihn angreifen können, wenn er das schon selber einräumt. Also natürlich kann man sich immer überlegen, an welchen Stellen man vielleicht doch etwas anderes hätte machen können. Aber was ich für mich in Anspruch nehme, ist, dass ich in jeder Entscheidungssituation versuche, die Dinge abzuwägen, nicht vorschnell oder leichtfertig Entscheidungen zu treffen. Und das kann ich, glaube ich, in Anspruch nehmen für die letzten vier bis fünf Jahre, dass ich mir das selber jedenfalls, je bedeutender die Entscheidung war, umso sorgfältiger habe ich sie auch mit mir selber abgewogen. So, nun gibt es immer neue Dinge. Nehmen wir mal die Pandemie. Da hat man zu Anfang ganz andere Entscheidungen treffen müssen, als man sie ein oder zwei Jahre später mit einem ganz anderen Wissen vielleicht hätte treffen können. Und wenn ich diese Frage so meine, dann sagen Leute zum Beispiel, ihr hättet ja nie die Schulen und die Kindergärten schließen müssen. Dann sage ich, erstens haben wir sie nie ganz geschlossen. Und zweitens, in der Phase, wo wir nicht wussten, wie verbreiten sich diese Viren nun wirklich und wie anfällig sind auch junge Menschen, war es eine eindeutige Empfehlung, viele Experten zu sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante. Erst einmal müssen wir mehr wissen über die Natur dieses Virus. Und so ist es in vielen anderen Fällen auch, wenn ich so heute höre, was man Frau Merkel alles vorwirft, was die 16 Jahre angeblich nicht erkannt hat. Da kann ich wirklich nur sagen, das sind schlaue, kluge Reden auf heutigem Wissensstand. Und das ist etwas, was ich jedenfalls nicht akzeptieren würde. Man darf immer auch Rückschau halten und Kritik üben, völlig klar. Aber man sollte immer versuchen zu bedenken, dass man immer im Wissenstand von damals auch vor Entscheidungen stand. Also ich glaube, das wird von der großen Mehrheit wirklich geteilt, dass all diese Entscheidungen, die damals getroffen wurden, nach 2020 im März, dass die alle auf der Basis des damaligen Wissens haben getroffen werden müssen. Und dass wir vielleicht doch am Ende, wenn wir heute zurückschauen und wenn wir es vergleichen mit anderen Ländern, doch ganz gut dastehen. Sie haben auch bei dieser Antwort noch einmal deutlich gemacht, dass Sie eben doch ein Wissenschaftler waren und sind, der also seine Entscheidungen sehr genau überlegt. Sie waren am Zentrum für Diagnostik am UKE tätig. Und das verleitet zu der Frage, wie lautet denn Ihre Diagnose für Hamburg? Ein guter Allgemeinzustand, würde man als Mediziner sagen. Nein, das ist so, was ich schon glaube, ist, dass Naturwissenschaftliches Denken vielleicht auch ein bisschen juristische Analyse ganz gut ist, auch in der Politik. Also mein Beispiel war immer, in der Medizin geht es vom ersten Tag an so, dass man lernt als Student nicht gleich eine Diagnose stellen. Erst einmal untersuchen. Weil Symptome können sehr gleich aussehen und trotzdem unterschiedlichste Ursachen haben. Und das Wichtigste ist, erst einmal sorgfältig untersuchen, dann einen Befund erheben. Dann kommt die Diagnose und ganz zum Schluss die Therapie. Und die Reihenfolge sollte man nie ändern. Es gibt auch seltene Erkrankungen. Und wenn man da vorstellt und aus dem Bauch sagt, das wird es schon sein und therapiert drauf los, dann kann das übel ausgehen. Und diese Herangehensweise, die tut in der Politik eigentlich auch ganz gut. erst einmal überlegen, ist die Antwort, die jetzt alle geben, ist die wirklich richtig? Und die Analyse auch eines politischen Problems ist eigentlich immer die Voraussetzung dafür, dass man zu der richtigen Ursache und dann auch zu der richtigen Antwort auf das Problem kommt. Und ich weiß nicht, ich habe das mein politisches Entscheiden jetzt verändert, aber ich habe schon ein bisschen die Vorstellung, dass das nicht schlecht ist, nicht immer gleich schon die Lösung auf dem Tisch zu haben, sondern erst einmal wirklich zu fragen, ist das die Ursache des Problems? Ja, und so versuche ich halt, ärztisches Denken sozusagen auch im politischen Handeln zu erhalten. Dann gehen wir doch einen Schritt von der Diagnose zurück zum Befund. Ich nenne ihn jetzt einen Befund, den wir auch im Hamburg-Konvent, den ich ja damals, als ich noch für die Zeitstiftung zuständig war, mitgestützt habe. Henning Vöpel ist auch hier irgendwo im Raum. Ich weiß nicht, ob Nikolaus Hill auch da ist. Und einer unserer Befunde war der, wie sieht es eigentlich aus mit dem Hamburger Hafen? Und da ist es gar nicht so schwer, herauszufinden, dass der Hamburger Hafen noch vor gut 20 Jahren auf Platz 8 der Welthäfen stand. Vor gut 10 Jahren auf Platz 14 und vor einem Jahr auf Platz 20. Wenn ich diesen Befund sehe, was sind Rückschlüsse, die Sie daraus ziehen? Was ist mit der Bedeutung des Hafens für die Zukunft unserer Stadt? Da muss man ja als erstes mal wieder, wenn wir jetzt analytisch denken, fragen, wie kommt es, dass Hamburg von Platz, was hatten Sie gesagt, 8 oder irgendwas, plötzlich auf 20 liegt. Das ist ja die Frage, was ist das für ein Ranking? Und eine wesentliche Ursache ist, dass andere Häfen auf der Welt uns überholt haben. Und auf den ersten 10 Plätzen der größten Häfen der Welt ist überhaupt kein europäischer Hafen mehr. Neun von zehn der weltweit größten Häfen sind asiatische Häfen. Das hat mit uns in Hamburg gar nichts zu tun. Das hat was damit zu tun, dass in China, in Indien, dass die asiatischen Volkswirtschaften enorm gewachsen sind. Viele Menschen, die sich im Lebensstandard sozusagen nach oben entwickeln und dass das mit größeren auch Handelsbeziehungen einhergeht. Und deswegen ist Shanghai der größte Hafen der Welt geworden. Was wir eher haben, ist, dass wir im europäischen Vergleich zwischen Rotterdam, Antwerpen und Hamburg, dass wir auch dort, wenn man das jetzt an Ladung bemisst, Ladungsanteile verloren haben. Das ist im Prinzip jetzt auch nicht schlimm. Man muss jetzt nicht der größte Hafen Europas sein. Aber wir müssen wettbewerbsfähig bleiben. Das ist Voraussetzung dafür, dass sich die Investitionen in unseren Hafen lohnen, dass wir auch die positiven Effekte sozusagen der Hafen, der maritimen Anbindung an Weltmärkte erhalten können. Und deswegen muss man sich schon der Wettbewerbssituation stellen. Und die bedeutet, dass wir genauso arbeiten müssen, wie es weltweit Redereien und Terminalbetreiber und Häfen tun. Wir müssen möglichst modern sein, digital werden. Das sind wir schon. Wir sind, unser Hafenchef ist ein IT-Experte, wenn ich das nebenbei erwähnen darf. Wir sind ein Hafen, der wahrscheinlich der umweltfreundlichste ist Europas. Wir haben die beste Schienenanbindung, was ja wichtig ist für den Weitertransport von Laden. Jeder zweite Container kommt auf die Schiene. Und das sind so qualitativ wirklich überzeugende Merkmale, dass unser Hafen gut aufgestellt ist und wir an den Potenzialen, die noch gehoben werden können, noch arbeiten. Deswegen gibt es einen neuen Hafenentwicklungsplan. Wir wollen auch, Hafen ist ja nicht nur Hafen, Hafen ist auch ein Industriestandort. Und wir wollen neue, zukunftsfähige Geschäftsmodelle in den Hafen bringen. Zum Beispiel den Online-Handel, den E-Commerce sozusagen im Hamburger Hafen verankern. und natürlich die Energiewende, also die Wasserstofftechnologie, den Import grüner Energieträger über unseren Hafen quasi realisieren. Und das wiederum ist eine Riesenchance für Klimaschutz und grüne Energie in Deutschland. Ja, aber es bleibt ja doch ein Problem bei unserem Hafen. Also ich lebe jetzt seit 27 Jahren in dieser Stadt und es ist kein Jahr vergangen, wo nicht die Elbvertiefung ein wesentliches Thema war in der Presse. Wir sind dann von 13,50 Meter auf 14,50 Meter gegangen. Mittlerweile schaffen wir die 14,50 Meter nicht mehr. Da kommt einem doch die Idee, ob man nicht mit Wilhelmshaven auch ganz gut fahren würde. Also ich sage es jetzt mal ganz schlicht. Wenn sich Hamburg und Bremen und Niedersachsen zusammentun würden, wobei, wenn Hamburg und Bremen sich zusammentun, das ist schon eine kleine Weltrevolution, aber nehmen wir mal an, sie würden es schaffen und würden in Wilhelmshaven einen gemeinsamen, großen Hafen errichten. Das ist ein Tiefseehafen. Da muss man nicht mit Verschlickung rechnen, da muss man auch nicht andauernd graben. Da können die Schiffe so anlanden. Und Hamburg hat 50 Prozent, Bremen 25 Prozent, Niedersachsen 25 Prozent. Wäre das nicht ein Modell, den Hafen zu exportieren nach Wilhelmshaven? In Teilen. Ja, erstens müssen auch andere Häfen ihre Hafenbecken von Sediment befreihen. Das ist nichts Exklusives für Hamburg. Ja, ich sage das mal dazu, weil alle so tun, als wenn das, was wir machen, in Rotterdam oder in Antwerpen anders wäre. Und das ist auch in kleineren Häfen Deutschlands der Fall. Zweitens kommt es nicht darauf an, kommt es auch darauf an, wo dieser Hafen liegt. Wir haben diese lange Revierfahrt durch die Elbe, diese 100 Kilometer, sind ein Vorteil, weil sie diesen Landweg natürlich auf dem, also diese lange Distanz auf dem Landweg nicht bestreiten müssen. Das heißt, einerseits ist diese inländische Lage ein Nachteil, man hat diese lange Revierfahrt, andererseits ist er ein Vorteil. Nehmen wir mal ein 20.000 Toy-Containerschiff, 20.000 Container, sind 20.000 LKWs, die 100 Kilometer fahren müssten, um hier unseren Industriestandort zu erreichen. Das ist die, das ist die, der Vorteil auch dieser inländischen Lage. Zweitens sind wir der östlichste Seehafen. Für viele Zielgebiete sind wir die beste Verbindung Richtung Süddeutschland, Richtung Tschechien, Richtung Österreich. Das heißt, Lage ist nicht unbedeutend. Und zweitens sind wir, oder drittens mittlerweile, sind wir ja Zentrum einer Metropolregion, wo Industrie auch ist. Wenn Sie unsere Industrie mit Gütern versorgen sollten, die in Wilhelmshaven ankommen, dann sind das natürlich zusätzliche Wege, die von dort Richtung Hamburg über Land passieren müssten. Und insofern ist das schon kein Zufall, dass wir dieser Knotenpunkt für die Logistik eigentlich Europas sind und dass sich bei uns eben viele logistische Wege kreuzen, einschließlich des schon erwähnten Schienenverkehrs. Insofern, wir könnten zusammenarbeiten, das müssten unsere Terminalgesellschaften wollen und dann auch umsetzen. Wir haben politisch gesagt, das ist erstrebenswert, aber vor allem, wenn Sie auch private Terminalbetreiber dabei haben, können Sie niemanden zu Vereinbarungen zwingen. Deswegen ist das versucht worden, es ist momentan mal sozusagen zu einer Denkpause gekommen, aber durchaus kann man zwischen diesen drei großen Häfen, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Hamburg, auf der Terminalbetreiber-Ebene kooperieren und sozusagen die Infrastruktur effizienter nutzen. Die Räder scheinen das aber etwas anders zu sehen, dieser Vorteil, dass wir diese 20.000 Teusler einfach per Schiff nach Hamburg kriegen, statt sie auf die Bahn zu bringen, bedeutet natürlich für das Schiff, dass es diese lange Einfahrt nach Hamburg bewerkstelligen muss und dann auch wieder die Ausfahrt und das mit geringer Knotengeschwindigkeit und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es zwei Gesichtspunkte in dieser Frage. Die Räder rein, Sie sehen ja, wie viel Ladung wir haben, das ist ja weit, weit mehr als Bremen und Wilhelmshaven. Das heißt, die Räder sehen schon die Vorteile des Hamburger Hafens. Es gibt immer eine Diskussion über die Kosten, man möchte geringe Liegegebühren und ähnliches. Das ist übrigens in Antwerpen und Rotterdam genauso. Ich habe mit beiden Bürgermeistern dieser Städte mal gesprochen, die sagen, ja, bei uns sagen die Räder rein dasselbe. Wir sind zu teuer und es ist alles zu, ja, es ist vor allem nicht wirtschaftlich genug. Aber in der Tat, die Räder rein nehmen unseren Hafen an. Sie haben sehr darauf gedrängt, dass wir die Elbvertiefung bekommen. Sie ist auch nicht, wie fälschlicherweise behauptet wurde, jetzt schon wieder zunichte gemacht. Im Gegenteil, wir haben immer noch einen Meter Tiefgang mehr als vor der Elbvertiefung und der Bund muss seinen Teil der Wasserstraße eben jetzt vom Sediment so befreien, wie wir das auf unserem Teil als Land Hamburg auch tun. Und dann haben wir eine gute Zugänglichkeit für die großen Containerschiffe, die nicht unbedingt voll beladen nach Hamburg kommen müssen. Aber wir brauchen ausreichend Zeitfenster. Durch die Tide können dann die gut beladenen Schiffe in einem bestimmten Zeitfenster den Hamburger Hafen erreichen und ihn wieder verlassen. Und das ist durch diese Elbvertiefung, die ja nicht nur eine Vertiefung war, sondern wir haben auch eine Begegnungsbox geschaffen, also eine Verbreiterung des Schiffes sich begegnen können. Da ist die Erreichbarkeit des Hamburger Hafens deutlich verbessert worden und diesen Vorteil brauchen wir auch in der Zukunft. Wir kommen gleich nochmal kurz zum Hafen zurück, wenn wir über Wissenschaft reden. Aber eine etwas allgemeinere Frage liegt mir jetzt doch am Herzen. Und das ist die, die, ob Hamburg ihrer Meinung nach immer mutig genug war. Ich glaube, die Elbphilharmonie war etwas wirklich Mutiges und sie haben als Finanzsonator dafür gesorgt, dass sie überhaupt fertig wurde. Das war ja nun dann zu ihrer Zeit. Aber wenn man so in die Vergangenheit schaut, da gab es mal die Pläne, einen riesengroßen Flughafen zu errichten in Kalten Kirchen. Und wenn man sich so umhört, dann gilt für Hamburg immer dieses Menethekel, dass es keinen Flughafen hat, der wirklich so international tauglich ist und entsprechend angenommen wird. Dann gab es die Überlegung der Verlagerung der Universität auf den Grasbrook. Es gab die Überlegung der Olympischen Sommerspiele nach Hamburg. All das hat Hamburg ausgeschlagen. Wie stehen Sie jetzt dazu? Hätten Sie sich gewünscht, dass wir damals alle ein bisschen, ich sage jetzt wirklich wir, weil wir sind ja als Bürgerinnen und Bürger auch gefragt worden, dass wir damals mutiger gewesen wären? Also ich hätte mir das mit den Olympischen Spielen gewünscht. Das war ja auch die Position damals des Senats. Wir würden im nächsten Jahr die Olympischen Spiele bei uns haben. Ich glaube, das hätte eine wahnsinnige Aufmerksamkeit international und es wäre eine Sportbegeisterung in der Stadt, die man sich gar nicht vorstellen kann. Aber es ist anders entschieden worden. Das muss man ja dann auch einmal akzeptieren. Ich denke, es hat was damit zu tun, dass den Bürgerinnen und Bürgern nicht geheuer war, welche Kosten da eigentlich auf uns zukommen. Und die damalige Bundesregierung hat zu meinem Bedauern nicht Zusage gegeben, dass das, was wir vorgelegt haben, auch die endgültige Rechnung ist. Und da gab es Skepsis. Das Zweite ist, dass diese Großveranstaltungen, ja, diese Sportgroßveranstaltungen ein bisschen in Verruf gekommen sind. Das war damals schon mit ein Thema. Und insofern ist es jetzt derzeit so, dass wenn überhaupt in Deutschland Olympische Spiele jemals wieder stattfinden könnten, dann wahrscheinlich nicht in einer Stadt, sondern möglicherweise, ist jetzt kein Vorstand von mir, sondern vom Deutschen Olympischen Sportbund, möglicherweise sozusagen kooperativ in Deutschland, an mehreren Orten, wo schon entsprechende Sportanlagen vorhanden sind. Also eine große Idee, aber man muss sagen, das ist nun mal in einem Volksentscheid knapp, aber immerhin mehrheitlich abgelehnt worden. Das zweite Thema ist Verlagerung der Universität auf den Grasbrook. Eine Riesenidee, aber man muss natürlich sagen, es gab auch tausend Gründe, diese Verlagerung nicht zu machen. Und wir haben dafür eine neue, faszinierende große Idee, die Science City Bahrenfeld zum Beispiel zu realisieren. Ist eine sehr große Idee, ist nicht ganz so spektakulär, weil sich das über einen langen Zeitraum sozusagen entwickeln wird. Genauso haben wir jetzt den Grasbruck zwar nicht für ein olympisches Dorf genutzt, sondern wir entwickeln jetzt auf dem Grasbruck einen hochinteressanten, neuen, digitalen Stadtteil. Auch das ist eine große Idee und insofern würde ich nicht sagen, dass man in Hamburg keinen Mut hat, auch große Entscheidungen zu treffen. Das haben wir in der Geschichte unserer Stadt immer gehabt und ich spüre das bis heute, dass eine große Idee durchaus engagiert diskutiert wird, aber man hat eben in der Hansestadt auch einen realistischen Blick auf Risiken. Das ist vielleicht auch nicht schlecht, denn man kann ja auch große Pleiten erleben, wenn man die Dinge nicht risikobewusst angeht. Und insofern finde ich eigentlich, sind wir mit mutigen Ideen unterwegs. Ich kann nur mal sagen, als wir vor zehn Jahren, muss es gewesen, gesagt haben, wir überdeckeln mal die Autobahn. Das, muss man sagen, konnte man sich erstmal auch gar nicht so richtig vorstellen. Die Idee kam wiederum auch gar nicht von mir persönlich, aber die Initiative hat gesagt, wir brauchen eigentlich hier in Otmaschen, in Badenfeld, in Altona, wäre doch super, wenn wir diese A7 überdeckeln konnten. Da habe ich erstmal überlegt, wie soll man das bloß anstellen, das gibt es kein Beispiel dafür. Und dann haben wir es natürlich mit großem finanziellen Aufwand gemeinsam mit dem Bund gemacht und das ist schon etwas, wo Leute aus anderen großen Städten der Welt herkommen und sagen, aus Wien, aus Zürich und sagen, Hut ab, das ist echt Stadtentwicklung einer anderen Art. Und insofern gehört ein bisschen zu meinem Amt, auch die Stadt zu verteidigen und den Spirit, der hier herrscht. Ich finde, wir sind mutig, aber wir sind nicht risikoblind, sondern wir wägen ab und sind mit beiden Bahnen in der Realität. Sind die 245 Meter, die der Benko Tower oder Olaf Scholz Tower, wie er jetzt schon heißt, wenn die jetzt gebaut werden, ist das Zeichen für den Mut oder ist das Zeichen für die Risikobereitschaft oder vielleicht auch für den gewissen Übermut dieser Stadt? Na, das ist der Abschluss eines großartigen Projekts, den Henning, das Henning Foscherrau ja indiziert hat. Das ist der Abschluss der Entwicklung der HafenCity an den Elbbrücken. Das ist städtebaulich, wer sich das sozusagen mit den, mit und mit den Stadtplanern anguckt. Es ist nicht so, da sollte mal jemand einen großen Hochhaus bauen und dann nehmen wir mal den und stellen es da hin. So war das nicht, sondern die HafenCity ist entwickelt worden von da, wo heute die Elbphilharmonie steht, in Richtung Elbbrücken. Und Quartier für Quartier sind da großartige Dinge entstanden. So, und jetzt braucht ein solches Projekt einen städtebaulichen Abschluss, wie die Stadtplaner sagen, einen markanten Punkt, der an dieser Stelle am Eingang zur inneren Stadt architektonisch wirklich sehr gut überlegt ist. Aus allen möglichen Perspektiven haben die Stadtplaner geguckt, wie sieht es aus, wenn ich von Süden gucke, was für einen Eindruck habe ich aus dem Westen, aus dem Osten, wie, wir haben auf Sichtachsen geachtet. All das war der Ausgangspunkt. Und dann muss man natürlich tatsächlich auch den Mut haben, zu sagen, ja, hier bauen wir richtig mal einen großen Tower, größer noch als die Bunsburg-Hochhäuser, aber an dieser Stelle passt es eben. Und es passt auch zu der Idee, dass wir Stadt auch gestalten, strukturieren und verdichten. Denn wir können nicht immer weiter wie Los Angeles in die Fläche zersiedeln. Das ist nicht gut. Und insofern städtebaulich gelungen. Nun gibt es einen Investor, der schlecht in der Zeitung steht, aber die Verträge, die wir haben mit der Gesellschaft, die das baut, die sind sehr solide gemacht. Die Risiken und die Interessen der Stadt sind sehr gut in diesen Verträgen hinterlegt. Und die Verträge werden eingehalten von beiden Seiten. Von unserer Seite, aber eben auch aus Sicht der Gesellschaft, die baut. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, wenn das Gebäude fertig ist, dann wird es auch seinen Reiz entwickeln und dann werden sich viele damit anfreunden. Es gibt sogar eine Aussichtsplattform, es gibt viele öffentliche Funktionen. Die Bürgerschaft, die sich ja kritisch, also unser Parlament, damit befasst hat, hat immer noch Bedingungen dazu gepackt und gesagt, das muss da auch noch rein. Und das alles steckt jetzt drin in diesem Projekt. Und ich denke, es wird gut, wenn der Tower fertig ist. Jetzt glaube ich, müssen wir endlich zu dem Punkt Wissenschaft in dieser Stadt kommen, denn wir sind ja hier an einer wissenschaftlichen Einrichtung. Und da sind Sie in der letzten Zeit doch auch nochmal stark und auch Frau Fegebank kritisiert worden, jetzt insbesondere was die Universität angeht, dass es da einfach nicht vorangeht. Der Philosophenturm, dann das Haus der Erde, der Pferdestall, der Vivi-Bunker, von dem Herr Kerstan heute noch in der Zeitung schrieb, dass er den am liebsten morgen sprengen würde. Warum geht es da so wenig voran? Könnte nicht eine Stadt mit einem Etat von 18,5 Milliarden etwas mehr Geld in diese Bauten stecken? Wir stecken schon ziemlich viel Geld in Universitätsbauten und die gesamte Wissenschaftsstrategie, die wir 2011 ja entworfen haben, die darin besteht, dass wir Studienplätze ausbauen, dass wir wissenschaftliche Institute, wissenschaftliche Fachgesellschaften nach Hamburg holen, dass wir die Universität so ausgestattet haben, dass sie es sehr erfolgreich hinbekommen hat, Exzellenzuniversität zu werden. Das ist schon ein großer Erfolg. Und wir haben auch im Hochschulbau einen Weg eingeschlagen, den wir aus dem Schulbau heraus entwickelt haben. Die Hamburger Schulen waren in einem erbärmlichen Zustand 2011. Und mit einem modernen Konzept des Gebäudemanagements und der Trennung von schulischen Belangen und dem Gebäudemanagement ist es uns gelungen, Schulen professionell zu sanieren, neu zu bauen, umzubauen, zu erweitern. Lehrerinnen und Lehrer von dieser schulfremden Tätigkeit eines Immobilienmanagements zu entlasten und eine ziemlich große Zufriedenheit herzustellen, wenn Sie sich die Situation von 2011 vergleichsweise vorstellen. Und wir haben dieses Modell dann übertragen und gesagt, das ist ein Modell auch für die Hochschulbauten, die übrigens, ich war jahrelang Mitglied im Wissenschaftsrat für alle Universitäten ein riesen Ärgernis sind. Professoren und Universitätspräsidenten müssen sich mit Baufragen befassen und eigentlich wollen sie Wissenschaft betreiben oder Universitätsbetrieb organisieren. Und deswegen ist der Universitätsbau auch wirklich ein Thema in ganz Deutschland. Und wir haben gesagt, wir statten die Universität aus mit Mietzahlung, damit sie Gebäude, die der Stadt gehören, aber in einer anderen organisatorischen Einheit gebaut werden und als Facility Management professionell betrieben werden, quasi als Nutzer zur Verfügung gestellt bekommen. Und in einer Umbauphase, wo schon erste Planungen da waren, haben wir dann diese Projekte in dieses neue Modell überführt. Wie gesagt, die Zusage ist, die Mietmittel werden der Universität zusätzlich zur Verfügung gestellt, aber dann wird auch in einem immobiliewirtschaftlich plausiblen System professionell gearbeitet. Dieses System versuchen wir jetzt schrittweise auch im Hochschulbau umzusetzen. Und nun kommt dazu, und das ist natürlich das Ärgernis, was wir derzeit haben, wir haben ja nicht nur im Hochschulbau, wir haben überhaupt in der gesamten Baubranche einen riesen Ärger gehabt die letzten zwei Jahre. Lieferkettenprobleme, Ausschreibungen, die Bauwirtschaft war überlastet, sie haben Ausschreibungen und Vergaben machen wollen und haben gar keine Angebote bekommen. Und deswegen trifft den Hochschulbau neben den Umplanungen, die man machen musste und echten handwerklichen Problemen. Da haben auch Auftragnehmer schlechte Leistungen abgeliefert, deswegen sind wir da jetzt in Schadensersatzprozessen. Aber zusätzlich ist eben diese Schwierigkeit in der Baubranche dazugekommen. Und deswegen verzögern und verteuern sich diese Projekte. Das ist kein, sagen wir mal, Hamburg- spezifisches Phänomen. Und es ist erst recht kein Problem, dass man jetzt diesem Hochbausystem zuordnen kann, diesem Mieter-Vermieter-Modell, wie wir es nennen. Trotzdem bin ich natürlich froh über jedes Gebäude, das fertig ist. Wir haben gerade das CCH fertiggestellt. Das war auch keine einfache Leistung, weil dort Asbestsanierung und ähnliches nötig waren. Und so wollen wir jetzt eben tatsächlich auch unsere Hochschulbauten, vielleicht teurer als bisher geplant und vielleicht auch mit Verzögerung, aber wir wollen sie professionell fertigstellen und dann in diesem Mieter-Vermutter-Modell auch so in Schuss halten, dass öffentliche Gebäude nicht plötzlich in einem erbärmlichen Zustand sind nach einigen Jahren. Ja, lassen Sie uns von den Bauten auch ein bisschen zu den Inhalten kommen. Wir haben im Hamburg-Konvent, ich habe hier noch so ein paar von diesen Broschüren, wer Ihnen das interessiert, einmal ermittelt, wie es sich um die Mittel verhält, die jedem Studierenden zur Verfügung stehen. Und da ist es hier so, dass unsere Hochschule 16.400 Euro im Jahr für jeden Studierenden zur Verfügung hat. Das ist ja erstmal eine ganz stattliche Summe. Dann schaut man auf die TU München, da sind es 37.500 Euro, also der Sprung von 16.400 auf 37.500. Dann schaut man auf die ETH in Zürich, da sind es 80.000. Und dann ein Vergleich, aber den will ich gar nicht anstellen. Dann geht man mal über den Atlantik und schaut nach Stanford und da sind es 350.000 Dollar im Jahr pro Student. So, jetzt für unsere 16.400. Hamburg ist eine insgesamt doch vermögende, reiche Stadt. Wäre da nicht auch noch ein bisschen Spielraum, um für den einzelnen Studierenden etwas mehr Mittel zur Verfügung zu stellen? Also das würde jetzt den Charakter der Veranstaltung wirklich verändern, wenn ich Ihnen jetzt als Finanzsenator vorrechnen würde, welche Steigerung im Wissenschaftsetat wir seit 2011 hatten. Es sind drei bis vier Prozent pro Jahr, die wir gesteigert haben und zwar über Inflationsraten hinaus. Und natürlich ist die ETH Zürich besser ausgestattet als Technische Universität. Auch München, ganz Bayern kann sozusagen als riesiger Freistaat seine Mittel konzentrieren in München und das tun sie auch. Und wir sind eine Stadt, die ist nur ein Fünftel so groß, was die Steuereinnahmen angeht und wir müssen das meiste davon auch noch wieder abgeben. Also wenn wir Singapur wären und alles an Steuereinnahmen behalten dürfen für uns, dann würden wir ETH und selbst amerikanisches Niveau erreichen können. Aber wir sind in einem System, wo Mittel auch für den Hochschulbereich begrenzt sind. Wir haben diese Ausweitung Jahr für Jahr hinbekommen und deswegen gibt es auch zusätzliche Studieplätze. Wir haben die Technische Universität, die kann immer noch nicht konkurrieren mit der ETH in Zürich. Sie ist vor allem eine kleine Universität, die auf Kooperation mit der Kernuniversität angewiesen ist, was auch kein schlechtes Konzept ist. Und insofern, ja, es ist gut, je mehr finanzielle Ausstattung Universitäten bekommen. Wir haben in den letzten Jahren wirklich viel an finanzieller Kraft sozusagen in diesem Bereich gelenkt. Wir wollen das auch in den nächsten Jahren. Aber es ist nicht so, dass wir über Nacht sagen können, jetzt ist es mal bezogen auf den Studienplatz so wie in Zürich oder an der Technischen Universität in München. Dann haben wir auch die Zahl der... Außerdem sind das Durchschnittswerte, wenn ich das noch sagen kann. Wenn Sie die Durchschnittswerte der gesamten Studenten nehmen und das mit der Technischen Universität München vergleichen, dann ist das ein anderer Durchschnittswert, weil die Studiengänge unterschiedlich teuer sind. Ein Medizinstudienplatz zum Beispiel, wo wir auch zu wenig haben in ganz Deutschland, ist ein sehr teurer Oberstudienplatz, während andere Studiengänge im Schnitt günstiger sind in der Finanzierung von Lehre und dem Unterricht. Ja, bei juristischen Studiengängen hat die Zeitstiftung dann eigene Erfahrungen sammeln können, was sie kosten. Aber darum geht es jetzt nicht. Wir haben dann auch mal im Hamburg-Konvent einen Blick darauf geworfen, wie sieht es eigentlich aus mit dem Anteil der Akademiker unter den Beschäftigten einer Stadt. Und da ist uns auch etwas ganz Erstaunliches aufgefallen, dass nämlich in München 37,1 Prozent der Beschäftigten einen Hochschulabschluss haben. In Stuttgart 33,6 Prozent. In Frankfurt gut 30 Prozent. In Hamburg sind es gut 25 Prozent. Da frage ich sie jetzt, kann die Stadt daran etwas tun, dass wir hier auch den Anteil der Hochschulabsolventen unter den Beschäftigten steigern können? Auch noch mehr anziehen, von anderen Hochschulen Absolventen nach Hamburg holen, die dann hier bei uns arbeiten. Das können wir, aber wir müssen jetzt erst mal, wenn Sie München und Hamburg vergleichen oder auch Frankfurt und Hamburg. Wir haben einen, wir haben eine ganz andere Wirtschaftsstruktur. Wir sind, wir haben einen umfassenden Branchenwechsel. Bei uns gibt es Industrie. Bei uns gibt es starke Branchen, die es in Frankfurt, in München eben nicht gibt. Und insofern bin jetzt ein bisschen wieder bei der Analyse. Wir haben viele akademische Berufe in Hamburg. Es gibt auch den Wunsch, dass wir international bekannter werden, um, wie wir so sagen, die smarten Köpfe auch anzulocken. Und dazu gehört internationale Bekanntheit. Es braucht einem ein positives Image der Stadt, auch über die Stadtgrenzen hinaus. Das haben wir im Prinzip. Aber wir arbeiten daran, dass man immer noch so denkt, ja Mensch, in Berlin so, die sind kreativ und da brodelt das Leben. Und unser Image in der Welt ist mehr so, das sind die Pfeffersäcke, die die Container stapeln. Das ist aber nicht die Realität. Wenn man sich mal in der Digitalbranche, in der Start-up-Branche umhört und umschaut, dann wandelt sich dieses Bild. Und wir haben zum Beispiel, nehmen wir mal hier Digital Hub Logistics, da geht es um Logistik und digitale Start-ups, die dort unterwegs sind. Das geht hier ab wie Schmitz Katze. Und es sind mittlerweile Firmen, ich sage jetzt mal Firmen aus Bayern, die ihre Softwareentwickler hier ins Digital Hub Logistics schicken, weil sie sagen, Mensch, da ist ein Umfeld, da passen unsere Leute super rein. Das heißt, wie soll ich sagen, smarte Köpfe anlocken aus der ganzen Welt, das können wir über solche interessanten Start-up-Szenen. Wir gelten mittlerweile nicht mehr kulturell als langweilig. Wir haben eine Super-Club-Szene. Wir haben, wie gesagt, wir sind in der, ja, die Club-Szene, Reeperbahn-Festival. Das ist ein Ding, wo man aus der ganzen Welt mittlerweile anguckt. Wenn Philipp Westermeyer hier loslegt mit Online-Marketing Rockstars, 72.000 Leute. Das ist Stadtmarketing. Die Leute kommen alle hierher und sehen, dass hier keine langweilige Pfeffersackstadt ist. Und deswegen ist das schon ein Image, was wir sozusagen in die Welt tragen müssen. Mir hat ein Digitalunternehmer gesagt, der hat überall auf der Welt, hat er so Standorte. Er sagt, wenn ich irgendwo auf der Welt jemandem sage, kannst du nicht mit Familie nach Hamburg kommen und hier bei uns arbeiten? Dann sagt er, nö, nö, ich bleib da, wo ich bin. Er sagt den Leuten, könnt ihr mal für ein halbes Jahr als Projekt nur, nur als Projekt, hier nach Hamburg kommen. Wenn er das erreicht hat, dass die einmal hier waren, wollen die nach dem halben Jahr nicht wieder zurück. Und das ist unser Vorteil. Wir haben eine hohe Lebensqualität. Wir haben ein gutes Schulsystem. Wir haben ein super Gesundheitswesen. Hier kann man wirklich gut leben. Und das muss sich rumsprechen. Dann werden wir auch interessant für diejenigen, die bisher immer nur an Silicon Valley oder an Barcelona oder meinetwegen Berlin denken. Ja, ich glaube nur, dass man da auch noch eine Stufe vorher einsteigen muss. Und zwar auf der Ausbildungsebene, also auf der Hochschulausbildung. Das Beispiel Law School, ich muss jetzt mal einmal pro domo sprechen. Aber als wir hier angefangen haben vor 22 Jahren, hat sich ganz kurz herumgesprochen, dass hier sehr interessante junge Juristen ausgebildet werden. Die Folge war, dass viele große internationale Sozietäten Hamburg als Standort entdeckt haben oder ihre Niederlassung in Hamburg erstaunlich aufgebaut haben, weil sie sich gesagt haben, dieses Hamburg ist so attraktiv. Wer an der Law School schon mal fünf Jahre gearbeitet hat oder mit Promotion sieben Jahre, der will dann eigentlich nicht woanders hin. Also müssen wir als Linklaters, Freshfields in Hamburg unsere Niederlassung stärken, damit wir die auch in Hamburg behalten können. Und das ist so für mich so ein Effekt, wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn die Science City Barenfeld etwas Ähnliches hinkriegt, dass Wissenschaftler hier hinkommen, sich dann hier ausgebildet werden, hier bleiben wollen und dann auch die entsprechenden Arbeitskräfte international hier geschaffen werden. Das wäre so für mich ein Zukunftsmodell. Glückwunsch zu diesem Erfolg. Deswegen hat Henning Foscherau dieses Projekt auch so unterstützt als damaliger Bürgermeister. Das ist wirklich sehr gut. Aber wir brauchen eben in der Tat auch diese Leuchttürme. Ja, sicher. Aber weil wir diese Leuchttürme haben, dürfen wir auch nicht immer so tun, als wenn nur andere sozusagen Vorzeigeprojekte haben. Was in der Quantencomputertechnologie in Hamburg abgeht, ist Weltspitze. Darüber muss man reden. Und das ist an der Szene auch bekannt. Und wenn wir deshalb sozusagen die Leuchttürme, die es schon gibt, erwähnen, die Science City Barenfeld wird dazugehören und die, die wir schon, also die, die wir noch entwickeln wollen, auch sozusagen über die Stadtgrenzen hinaus bekannt machen, dann klappt das auch. Und ich kann wirklich bestätigen, die Leute gucken mehr und mehr auf Hamburg und stellen fest, dass dies nicht nur eine Kaufmannsstadt ist. Jetzt kommt meine letzte Frage. Das heißt, diejenigen unter Ihnen, die schon eine Frage im Kopf haben, mögen sich dann gleich melden. Meine letzte Frage geht zurück auf den ehrbaren Kaufmann. Da hat der Vorsitzende der Handelskammer, Norbert Aust, einen Fonds von einer Milliarde Euro ins Gespräch gebracht. Ein Fonds für Zukunftstechnologie. Und er hat ihnen eine Freude gemacht und hat ihnen gleich schon gesagt, wie man den auch finanzieren könnte. Nämlich dadurch, dass man die Anteile, die die Stadt bei Hapag-Leuth hat, und Hapag-Leuth hat eine Wahnsinnsdividende in Aussicht gestellt für dieses Jahr, ungefähr eine Milliarde, dass man doch diese Milliarde nimmt und steckt sie in den Fonds für Zukunftstechnologie. Und hat dann auch noch den Vorschlag gemacht, dass man so gewisse Zukunftszentren, Innovationszentren in Hamburg aufbaut, wo mir natürlich die Idee kam, dass man alte Kaikanten hervorragend dafür verwenden könnte. Aber das lassen wir jetzt. Was ist der Vorschlag von Norbert Aust in ihren Augen? Also die Milliarde ist ziemlich wenig für das, was wir schon machen. Wenn wir die Innovationsthemen, die wir derzeit finanzieren, zusammenrechnen, kommen wir weit über eine Milliarde. Dann gibt es externe Mittel. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrtforschung hat gerade 200 Millionen Euro sozusagen hier nach Hamburg gelenkt, damit wir der Quantencomputertechnologie weitermachen. Wir kriegen 2 Milliarden Euro derzeit im Bereich Klimaschutz und Energiewendeprojekte. Also das heißt, die Milliarde ist ziemlich wenig für das, was wir schon haben. Sie ist ziemlich viel, wenn man sagt, da muss noch irgendwie jetzt was on top kommen aus dem Haushalt. Er hat ja den Satz begonnen bei seiner Regel mit dem Satz aus privatwirtschaftlichem Engagement. Und da habe ich gedacht, ach super, jetzt kommt der Vorschlag, dass wir das nicht aus dem Haushalt, sondern aus der Privatwirtschaft irgendwo aufbringen. Und dann endete er der Satz mit aus dem privatwirtschaftlichen Engagement der Stadt bei Herbberg-Lort. Und da hängt es, da muss man nämlich wissen, unser Haushaltswesen, das auf Nachhaltigkeit, auf Generationengerechtigkeit aus ist, ist ein kaufmännisches Haushaltswesen. Dort werden alle Einnahmen und Ausgaben, alle Erträge und alle Belastungen sozusagen miteinander verglichen. Wir müssen Rückstellungen bilden für Belastungen in der Zukunft, Abschreibungen finanzieren. Das alles ist in einem doppischen Gesamthaushalt verknüpft. Und dort stecken an einer Stelle auch die Erträge aus unseren Beteiligungen mit drin. Und ich bin heilfroh, wir haben gegen den öffentlichen Widerstand vieler Beteiligungen durchgesetzt und wir haben sie gehalten bis heute, dass wir jetzt aus dieser Beteiligung, die uns ja auch eine Milliarde gekostet hat, entsprechend sozusagen auch Dividendenerträge wiederbekommen, neben den volkswirtschaftlichen Effekten, die Hapag-Lort für uns bedeuten. Und deswegen habe ich zu Herrn Austinter gesagt, wenn wir das so machen würden, wie er es vorschlägt, würden wir sofort Ärger mit dem Rechnungshofpräsidenten bekommen. Weil wir natürlich ein Haushaltswesen haben, das in der Verfassung auch verankert ist, das einen doppischen Jahresausgleich erfordert und da ist nicht mal eben eine Milliarde über. Das ist der Hintergrund und deswegen finde ich die Idee eine super Idee. Wir müssen auf Innovation setzen, wir müssen auch wahrscheinlich noch mehr Ressourcen aus der Stadt in diesen Bereich lenken, aber wir können nicht ganz simpel sagen, wir nehmen da jetzt mal die Dividendenausschüttung für das kommende Jahr vermutlich und dann geht es eins zu eins in der Buchung dort rein. So geht es nicht, weil wir eben einen komplexen Haushalt haben und wir haben eine Verfassung einzuhalten, ein Haushaltsrecht, das diese Erträge in Ausgleich bringt, mit auch vielen Zuschussgeschäften, die wir ja haben. Wir müssen ja für den öffentlichen Nahverkehr hunderte an Millionen aufwenden. Wir haben im Beteiligungssektor sehr viele Verlustunternehmen, wo man einfach kein Geld damit verdient, dass man öffentliche Schwimmbäder betreibt. Da müssen jedes Jahr 20, 30 Millionen Verlustausgleich finanziert werden. Und auf der anderen Seite haben wir Beteiligungen, unter anderem Hapag Lloyd, wo wir Erträge haben, die wir dort sozusagen dagegen setzen können. Das ist so ein bisschen der kompliziertere Hintergrund. Deswegen eine super Idee. Wir gucken mal, was wir noch tun können, aber so einfach. Wir nehmen mal diese Milliarde und dann haben wir noch mal einen Sondertopf. Das wäre haushaltsrechtlich gar nicht möglich. Ja, vielen Dank schon einmal. Und jetzt, wie gesagt, ist es wirklich offen fürs Plenum, dass Sie, wenn Sie mögen, Herrn Dr. Tschentscher selbst auch eine Frage stellen dürfen. Da sehe ich schon eine erste Handmeldung. Die erste Handmeldung ist immer besonders im Vorteil. Bitteschön. Vielen Dank. Ich habe nur eine ganz kurze Frage. Eben haben Sie das Thema Ausbildung ja schon angesprochen. Juristische Ausbildung in Hamburg. Warum ist Hamburg da als doch sehr reiche Stadt und auch als sehr teure Stadt? Das Bundesland, das die Referendare, wir sind ja auch in der Law School, viele von uns starten danach Jan Srev, seine Referendare am schlechtesten bezahlt und wenn wir dazu verdienen, am frühesten uns das wegnimmt. Warum ist das nicht was, was ein rot-grün geführter Senat nicht immer angehen könnte? Ich bin da jetzt nicht in den Details drin. Also ich sehe das nur als Mediziner und da kann ich sagen, das praktische Jahr der Medizinstudenten, vergleichbar mit dem Referendariat der Juristen, wird gar nicht bezahlt. Man ist sozusagen komplett ohne Eis. Noch schlimmer. Ich kenne jetzt nicht die Tarife der anderen Bundesländer, aber natürlich die Referendarsausbildung ist immer wieder Thema der Abgeordneten und da gab es glaube ich jetzt auch vor kurzem schon wieder Erhöhungen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da sind wir wieder beim Thema, dass finanzielle Ressourcen immer begrenzt sind. Aber ich freue mich, dass Sie eine so gute Ausbildung hier genießen in der Buceus Law School. Das Stube an der Universität ist übrigens auch nicht so schlecht. Mein älterer Bruder hat an der Universität studiert, er ist heute Staatsrechtsprofessor in Bern, hat ein wunderbares Studium gemacht. Also man kann auch in Hamburg gut Jura studieren. Herr Tschentscher, das wissen wir auch und davon sind wir auch voll und ganz überzeugt. Also das ist nie unser Thema gewesen. Okay, Referendarsgehälter. Nächste Frage, da hinten einer unserer Studierenden. Bitte schön. Ja, ja, Sie, der Sie den Arm da heben. Ja. Stehen Sie nur auf. Genau, der hat gerade gesagt, an der Uni Hamburg sei das studieren auch gar nicht so schlecht und ich habe da auch studiert. Also dem kann ich zustimmen. Aber es ist trotzdem so, dass gerade in den letzten Jahren seit Covid dort massiv die Arbeitsgemeinschaften gekürzt werden, dass es immer ausschließlich befristete Tarifverträge für Verträge für, oder nee, nicht Tarifverträge, befristete Verträge für die studentischen Mitarbeitenden gibt und genau, dass die Öffnungszeiten in der Bibliothek massiv reduziert werden. Brauchen wir da vielleicht ein bisschen stärkere Anstiege in den Bildungsausgaben? Ich glaube, wir sind etwa ein Drittel bei den Bildungsausgaben anteilend zu den anderen Bundesländern. Stehen wir da? Würden Sie sagen, müssen wir da mehr finanzieren? Vorsicht, 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 nicht, dass Sie das falsche Argument benutzen. Also wir haben die höchsten Bildungsaufgaben im Vergleich der Länder. Wir sind auf Platz eins, zwei oder drei irgendwo zwischen sozusagen an Top sozusagen dabei bei Bildungsausgaben pro Einwohner. Aber natürlich, ja, die Covid, also die Pandemielage war wirklich ein Einschnitt und wir haben hier im Vorlesungsaal übrigens auch vor einiger Zeit darüber gesprochen. Am 23. Februar letzten Jahres haben wir darüber gesprochen, was das eigentlich für studentische Leben bedeutet hat und dass das harte Konsequenzen eigentlich hatte. Ich bin jetzt nicht im Detail informiert, wie das mit den Öffnungszeiten in den Bibliotheken ist, ob im studentischen, wie heißt es, im studentischen Hilfsjobbereich Dinge sich verschlechtert haben. Ich weiß, dass wir sagen, wir wollen im Grunde Mindestlöhne haben und dass dann dieser Mindestlohnsatz von 12 Euro die Stunde im Grunde gedacht war für Leute, die Vollzeit arbeiten, nicht die nebenbei sozusagen noch jobben. Und insofern bin ich da jetzt nicht auf dem aktuellen Stand, ob es dort nochmal Veränderungen geben muss. Aber ich erwarte schon, dass wir jetzt nach der Pandemie wieder sozusagen in den Normalmodus kommen, was Öffnungszeiten, was Betrieb von Bibliotheken und ähnlichem angeht. Ja, vielen Dank. Also allzu spezifische akademische und wissenschaftliche Fragen bitte ich dann auch aufzubewahren für den 5. Mai, denn dann habe ich Frau Fegebank hier zu Gast. Und sie ist Wissenschaftssenatorin. Dann kann sie also die Spezialfragen beantworten. Gibt es weitere Fragen? Bitte schön, von Ihnen. Ja, das ist ja eine bundespolitische Frage und Herr Lauterbach hat sich dazu jüngst geäußert. Er möchte, dass dort sozusagen gegen gehalten wird. Ich weiß, dass die Ärzte Ärztekammer, Herr Imami, unser Ärztekammerpräsident, dort sehr kritische Worte gefunden hat, weil er möchte, dass Medizin eben nicht zum Business wird, sondern dass der Charakter der eigenverantwortlichen, niedergelassenen Tätigkeit weiterhin gut möglich ist. Und dort hat es eine Entwicklung gegeben. Wir kommen ja aus einer Zeit, in der in der Medizin von Ökonomisierung wenig die Rede war. Ich habe, als ich anfing, als Student am UKE, gab es da noch nicht mal eine Buchhaltung. Das muss man sich mal vorstellen. Milliarden Unternehmen und hatte keine solide Buchhaltung. Das hat dann eine Phase gegeben, in der die Ökonomisierung, das bessere Organisieren, auch in den Krankenhäusern, sicher auch im niedergelassenen Bereich vorangeschritten ist. Und jetzt sind wir an so einem Punkt, wo wir sagen müssen, stopp, Medizin ist kein Geschäft. Patienten sind keine Kunden. Ärztinnen und Ärzte sind keine Lieferanten und keine Kaufleute. Und wir brauchen sozusagen einen Ausgleich zwischen Effizienz, die brauchen wir im Gesundheitswesen, aber es darf nicht zur Ökonomisierung werden. Und ich bin sicher, dass sich Herr Lauterbach um diesen Punkt auch weiter kümmern wird. Es gibt halt so einen Trend, dass man dann diese medizinischen Versorgungszentren entwickelt und dort gibt es dann Klagen, ich bin da nicht so dicht dran, wie Sie das sind, dass man dann eben doch nicht so medizinisch arbeiten kann, wie man sich das eigentlich wünscht. Und deswegen bin ich da erstmal von der Zielsetzung an Ihrer Seite. Aber ich kann jetzt Ihnen noch nicht sagen, das ist das Rezept, wie wir das alles rückgängig machen oder wie wir den Trend wieder umdrehen. Im stationären Bereich bin ich ein bisschen besser informiert. Dort hat es ja einen enormen Ökonomisierungstrend gegeben. Mittlerweile wird ja richtig Geld verdient im stationären Krankenhausbereich, aber nicht überall. Es gibt Disziplinen, in denen ist es schwer, überhaupt auf eine schwarze Null zu kommen. Und auch dort müssen wir sagen, in der Kindermedizin ist es enorm schwer, überhaupt mit den DRGs und mit diesen Vergütungen zurechtzukommen. Und solche Bereiche in der Medizin dürfen nicht auf der Strecke bleiben. Das ist auch eine Ansage, die jetzt ja der Reform zugrunde liegt, die angestrebt wird. Aber Ihr Punkt ist sozusagen auf der Agenda. Wir haben noch einen weiteren dritten Punkt, den ich gerade am Sonntag mit Herrn Lauterbach besprochen habe. Wir haben einfach zu wenig Studienplätze in der Medizin. Wenn wir die Demografie verlängern und überlegen, wie bei jetzigem Ausbildungsstand, wie wir in fünf, in zehn, in 15 Jahren dastehen, dann werden wir die schulmedizinischen Stand, den es in Deutschland gibt, nicht aufrechterhalten können, weil wir einfach nicht genug Nachwuchs haben im Medizinbereich. Und deswegen gibt es da ein paar Baustellen. Insgesamt ist es derzeit so, dass Hamburgs Gesundheitsdienst wirklich sehr effizient und sehr gut aufgestellt ist. Wir sind in einer Vergleichsstudie. Ich bin immer so ein bisschen im Marketing für die Stadt unterwegs. Wir sind die gesündesten Bürgerinnen und Bürger Deutschlands. Hat irgendeine Studie rausgefunden. Wir haben also am wenigsten Erkrankungsarten prozentual. Und das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen. Gesundheit ist etwas, was die Lebensqualität bestimmt. Die Leute haben natürlich den Wunsch, dass wir alle alt werden, dass wir möglichst lange leben, aber dass wir eben auch lange gut leben wollen und dass da, wo man dann auch krank wird, Hilfe da ist. Das ist ja etwas sehr Persönliches, etwas sehr Menschliches, dass man, wenn man in Not ist, Hilfe braucht. Und das passiert in Hamburg im niedergelassenen Bereich sehr flächendeckend, im stationären Bereich auch. Aber auch wir haben Lücken und haben die Hoffnung, dass wir das System noch verbessert bekommen. Vielen Dank. Weitere Fragen? Dann nehme ich jetzt erst einmal Sie und dann den Studium. Da hinten? Ich glaube, Sie haben mich vorhin nicht gesehen. Okay, dann mal los. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Ja, ich habe eine Frage zur Profession eines verantwortungsvollen Politikers. Und die Elbvertiefung, das ist ja kein unumstrittenes Thema, sondern doch recht kontrovers, weil verbunden mit gravierenden ökologischen Konsequenzen. Und mich würde als doch sehr politikinteressierten Menschen interessieren, wie Sie als Politiker abwägen zwischen ökologischen und wirtschaftlichen Aspekten. Also ab welchem Punkt ist ein Projekt es wert umzusetzen, trotz gravierender ökologischen Konsequenzen? Vielen Dank. Diese Abwägung muss man treffen, aber die Abwägung fällt unterschiedlich aus, je nachdem, wen Sie fragen. Die Elbvertiefung ist umstritten, der ganze Hafen ist aus Sicht von Umweltverbänden umstritten. Aus meiner Sicht ist es nicht zu Ende gedacht, diese Kritik. Weil wir in einer Welt mit mittlerweile acht Milliarden Menschen können wir nicht mehr so leben, wie das noch vor 50 Jahren denkbar war. Wir haben enorme Transportnotwendigkeiten. Internationale Handelsströme müssen aufrechterhalten werden. Wir haben einmal erlebt, was passiert, wenn die Lieferketten zusammenbrechen, nur weil der Suezkanal lockiert ist. Das heißt, unser modernes Leben in einer Welt mit acht Milliarden Menschen beruht darauf, dass wir Waren transportieren. Und die ökologisch, nicht nur die wirtschaftlichste, auch die ökologischste Art und Weise, eine Ware zu transportieren, ist mit dem Schiff. Das können Sie in CO2-Emissionen pro Tonne und Kilometer ausdrücken. Und ein großes Containerschiff, das den Hamburger Hafen erreicht, pro Tonne und Kilometer verursacht 1,5 Gramm CO2. Und wenn Sie das auf der Straße, auf dem Truck, mit dem Flugzeug machen, sind das 20, 30, 40-fach höhere CO2-Belastungen. Das heißt, wir brauchen maritime Wirtschaft. Wir brauchen ein flächendeckendes Netz von Häfen auf der Welt, in Europa, auch in Deutschland. Und deswegen ist das für mich ein Scheinwiderspruch, sondern wir müssen die maritime Industrie noch umweltfreundlicher machen, Antriebstechnologien zum Beispiel dekarbonisieren. Deswegen reden wir über Wasserstoffantrieb, über E-Fuels in der Schifffahrt. Aber es ist für mich kein Widerspruch, sondern die Lösung für unser Klimaschutzproblem, dass wir solche Technologien entwickeln. Dasselbe ist, wenn Sie zum Beispiel, einige sagen, die U-Bahn sollte man nicht bauen. So viel CO2, die durch den Bau entsteht, wird durch den Betrieb gar nicht eingespart. Diese Rechnung stimmt aus meiner Sicht nicht. Ich habe mir das ja angeguckt und auch nachgerechnet. Natürlich lohnt es sich, einmal ein solches leistungsfähiges Verkehrssystem zu bauen. Und wenn es dann fertig ist, so wie die U-Bahn, die wir schon haben, dann ist das für 100 Jahre gemacht. Das heißt, wir müssen diese großen Projekte beginnen, auch wenn sie 10, 15, 20 Jahre brauchen, damit wir diese Wände, die wir brauchen, die Verkehrs-, die Mobilitätswände, die Klimaschutzwände, wie einige es sagen, auch wirklich realistischerweise umsetzen können. In einer Metropolregion wie Hamburg, wir sind ja eine Metropolregion von fast 5 Millionen Leuten, die jeden Tag unterwegs sind. Und wenn man das dann auch noch überträgt auf Shanghai, auf andere große Metropolen in der Welt, dann kommen wir nicht zurecht, indem wir nur sagen, wir leben mal so wie vor 50 Jahren. Und deswegen wäge ich schon ab, das ist ja der Ausgangspunkt Ihrer Fragen. Aber nur weil ein Projekt, wie es immer so heißt, umstritten ist, ist es nicht falsch. Man muss Dinge wirklich auch zu Ende überlegen, man muss abwägen, die volle Sicht der Fakten haben. Und das ist immer mein Anspruch, dass ich schon hinterfrage, ob jede einzelne Entscheidung richtig ist. Aber ich komme halt sehr oft zu dem Ergebnis, ja, wir müssen jetzt diesen Kurs fortsetzen. Eine letzte Frage ist noch möglich. Bitte. Ja. Ich glaube, das Kontextualisieren, das ist ja auch so ein Expertenbegriff, das ist nicht schlecht. Wir müssen, wir haben eben schon darüber gesprochen, wenn wir Dinge in der Vergangenheit beurteilen, sind das ja immer andere Jahrhunderte, andere Zeiten, in denen, also, ich weiß nicht, ich will jetzt das nicht missverständlich sagen, aber wir beurteilen oft das Verhalten historischer Persönlichkeiten aus heutigen Ansprüchen heraus, aber wer vor 100, vor 200, vor 1000 Jahren unterwegs war, das waren andere Zeiten und deswegen sollte man historische Persönlichkeiten immer auch ein Stück weit im Licht ihrer Zeit beurteilen und Bismarck hat natürlich das deutsche Sozialversicherungswesen sozusagen vorangebracht, es ist nicht nur eine umstrittene und, wie soll ich sagen, kritische Persönlichkeit, sondern es gibt auch positive Gesichtspunkte, dass man eine historische Persönlichkeit weiterhin würdigt und sie kontextualisiert im Sinne unserer Kulturbehörde, die gesagt, wir stellen das mal in einen Zusammenhang, den wir aus heutiger Sicht auch wichtig finden. Das finde ich eine richtige Idee. Man darf nicht alles wegrasieren und sagen, jetzt weg damit und Vergangenheit ist schlecht gewesen, deswegen muss es raus aus dem Stadtbild, sondern dieses Kontextualisieren, glaube ich, ist eine kluge Umgehensweise. Es geht ja so weit, dass wir, wenn wir jetzt zum Beispiel die jüdische Synagoge wieder aufbauen wollen, das ist ja ein Wunsch der jüdischen Gemeinde, ein Projekt, das mittlerweile auch breite Akzeptanz gefunden hat. Auch da gibt es ja den Einwalt, dürfen wir das? Die Nazis haben diese Synagoge abgerissen. Sollen wir das vernichten aus dem Stadtbild, das wieder aufbauen und so tun, als sei nichts geschehen? Das ist nicht der Ansatz dieses Projekts. Aber das heißt, alles, was wir heute tun, müssen wir auch in einem gewissen Geschichtsbewusstsein in einem Diskurs entwickeln. Und deswegen finde ich das gut, wie wir jetzt über dieses Projekt der jüdischen Synagoge gesprochen haben, wie sich also die gesamte Stadtgesellschaft daran beteiligt und am Ende hoffe ich, dass wir einen Konsens finden, auch wie diese Synagoge wieder aufgebaut wird, ohne zu historisieren, wie der Denkmalschutz sagt, also so billig wieder aufbauen, wie es früher mal war. Das ist ja Imitation und nicht wirklich denkmalsschutzwürdig, denkmalschutzgerecht, aber eben doch so, dass man sagt, da ist wieder, wir haben, so hat es eine, ein Mitglied der jüdischen Gemeinde für mich sehr zutreffend gesagt, sie hat gesagt, ich möchte nicht, dass die Nazis am Ende recht behalten. Ich bin zurückgekommen in diese Stadt, ich bin ausgewandert, aber ich bin zurückgekommen. Ich habe mich von den Nazis hier nicht vertreiben lassen aus dieser wunderschönen Stadt. Und so in diesem Spannungsfeld muss man das, muss man das, glaube ich, diskutieren. Und ich finde, das, was passiert gerade mit der jüdischen Gemeinde gemeinsam, finde ich einen sehr reflektierten und positiven Prozess der Bewusstseinsbildung der gesamten Stadt. Es ist kein Projekt, das der Bürgermeister entscheidet, sondern es ist einer, in der wir den Rahmen setzen, in der wir auch finanzielle Mittel beantragen vom Bund und selbst dazugeben. Der Gemeinde sozusagen helfen hier einen, einen guten neuen Ort für das jüdische Leben in Hamburg zu schaffen. Ja, vielen Dank, lieber Herr Tschentscher, ich hatte Ihnen versprochen, dass wir um Viertel nach sechs fertig sein werden. Das erreichen wir auch, aber eine allerletzte Frage muss ich Ihnen doch noch stellen und die geht nun wirklich über Hamburg hinaus. Wenn Sie auf die Ukraine gucken, auf den Krieg, der dort geführt wird, haben Sie persönlich Sorge, dass dieser Krieg sich über die Grenzen der Ukraine hinaus ausdehnen könnte, dass Putin noch mal wieder mehrere Schritte weitergeht und dass dieser Krieg auch ein NATO-Land erreichen könnte? Ja, diese Sorge muss man haben und deswegen finde ich richtig, dass diese Überlegung jeden Tag eine Rolle spielt. Und ich bin sicher, dass unser Bundeskanzler das vom ersten Tag an mit bedacht hat. Und er ist, ich rede ja auch viel persönlich und nicht öffentlich über diese Frage. Er hat, er beschäftigt sich tiefgehend mit der Natur dieses Konflikts und mit der Frage, wie man darin, dabei vorgehen sollte. Und ich kann einfach nur Ihnen versichern, er stimmt sich eng ab mit allen anderen, die auf der Seite sozusagen hier der freien, demokratischen Welt unterwegs sind. Und ein wesentliches Ziel ist, dass der Krieg militärisch nicht eskaliert. Gerade die nukleare Eskalation ist eine reale Gefahr gewesen. Deswegen war es aus meiner Beurteilung sehr gut, dass Herr Scholz zu einem Zeitpunkt, wo das nicht nur Beifall bekommen hat, nach China gefahren ist. Er hat, glaube ich, den Grundstein dafür gelegt, dass es ein klares Signal in Richtung Moskau gab, auch von chinesischer Seite, dass es keineswegs eine nukleare Eskalation geben darf. Und ich hoffe, dass dieser Konflikt ja ein Ende findet. Aber die, sagen wir mal, die Experten da auch, die diese Dinge beurteilen, sind sich nicht darüber einig, was sozusagen der richtige Weg ist, um das möglichst bald zu erreichen. Und insofern sind die Entscheidungen, die die Bundesregierung getroffen hat, im Verbund mit Frankreich, mit auch Großbritannien, mit der NATO insgesamt, mit den USA, richtige Schritte gewesen. Und wir wissen nicht, was noch kommt, aber ich bin sicher, dass jedenfalls der Bundeskanzler in diesem Sinne jede einzelne Entscheidung genug abwägt, gut abwägt. Und Sie können sich sicher sein, dass Herr Scholz über diese Frage mit all seiner politischen Erfahrungen, ein Stück weit auch seiner Coolness und seiner pragmatischen Politikerfahrung so nachdenkt, dass er keine Fehler macht. Ja, vielen Dank, lieber Herr Dr. Tschentscher, für diese Möglichkeit, mit Ihnen eine, eine Viertelstunde zu sprechen. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel, viel Glück, persönlich, wie für die Stadt, für unsere Stadt, für unsere Stadt Hamburg, danken Ihnen noch einmal und ich hoffe, dass wir uns doch vielleicht irgendwann einmal auch wieder treffen und noch einmal diskutieren, denn es hat mir ungeheuer viel Spaß gemacht, mit Ihnen so viele Fragen anzusprechen, die für unsere Stadt und für uns alle hier persönlich wichtig sind. Ihnen alles Glück für dieses Jahr. Vielen, vielen Dank. Ja, ich habe jetzt noch die Ehre, mich im Namen der Bucerius Law School bei Ihnen, lieber Herr Bürgermeister Tschentscher und bei Ihnen, lieber Herr Göring, für diesen wunderbaren, kurzweiligen, interessanten Abend zu bedanken. Vielen Dank, dass Sie sich erneut Zeit genommen haben, zu uns auf den Campus zu kommen. Ich denke, es war nicht nur mir eine reine Freude, Ihnen beiden zuzuhören, persönliche Einblicke von Ihnen zu bekommen. Einen anderen Blick noch mal auf unsere Stadt Hamburg. Als Dank darf ich Ihnen beiden einmal einen Kaffeebecher mit dem wunderbaren Emblem unserer Hochschule überreichen und als Zeichen der Hoffnung in Krisen- und Kriegszeiten haben wir für Sie, lieber Herr Tschentscher, noch eine Patenschaft für einen unserer Bäume im Bucerius Wald. Sie können sich im Internet einen Baum aussuchen, diesen beim Wachsen und Ernteabgeben zuschauen und Sie sind als Pate auch in guter Gesellschaft, denn auch Herr Göring ist schon Baumpate in unserem Bucerius Wald. Haben Sie noch mal vielen herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Und Sie, liebes Publikum, nächste Woche mit Giovanni Di Lorenzo und Doris König geht es weiter. Im Mai wieder mit Herrn Göring und Katharina Fegebank und jetzt gibt es noch Brezeln und Wein. Vielen Dank.